einen wunderschönen herzlich willkommen einmal wieder wir machen wieder mal tutorial time heute machen wir kalkladen mit dem radlader auf dem dunkstreuer mit cosplay natürlich geht mit jedem anderen schritt gut geht auch vom silage silo auf dem anhänger oder in den bga trichter das funktioniert eigentlich relativ gut gibt bloß paar kleinigkeiten und darauf beachten müssen jetzt kümmern wir uns erstmal drum bevor ich mich hier wieder in rade quatsche wir stellen erstmal den radlader ein heißt wie immer entferntaste und klicken uns hier durch bis wir zu dem punkt kommen silo laden dann aufs fadenkreuz dann seht ihr hier zwar noch kein haufen ist aber noch nicht weiter schlimm er steht auf silo laden wir machen ladeposition und zwar das ist nämlich der berg genau vor uns in die richtung beladen und dann zeigt uns an das ist der ladebereich das ist der haufen da machen wir jetzt noch die zielposition rein der anhänger fährt so lang das heißt wir laden von die in die richtung dass wir den von der seite beladen und das war schon gewesen jetzt drücken mit job starten er wird sich jetzt ein bisschen positionieren und wir gehen in den abfahrer und irgendwann sagt er uns gleich brauchen abfahrer werde gleich sehen er fährt gleich rein wir positionieren schon mal langsam dorthin noch nicht in den ladebereich fahren erst warten bis er was drin hat dann kommt warten auf abfahrer jetzt fahren wir los lassen ihm auch ein bisschen platz damit er auch laden kann und wichtig ist wenn wir jetzt hinfahren und dort anhalten bleiben wir auch stehen und bewegen uns nicht mehr das heißt wir bleiben hier und halten an und das war's eigentlich müsste uns erkennen hat er gemacht und jetzt auch nicht mehr vor und zurück fahren wenn wir jetzt das jetzt autodrive kurs benutzen wollen machen wir hier jetzt den ersten punkt ansonsten können wir jetzt warten bis er den anhänger befüllt hat ja und so geht das eben weg kann man noch ein bisschen perfektionieren ein bisschen vor oder bisschen weiter hinten parken ihr seht ihr fährt jedes mal dagegen das ist halt die fummel arbeit und wissen die geschwindigkeiten bei dem einen guten radlader fahrer einstellen aber für faule menschen wie mich wir müssen nichts machen wir können ihn alleine fahren lassen und dann kann er auch nachher sein feld streuen im großen und ganzen das war's gewesen ist eine relativ einfache aufgabe man fuchst sich damit ein ist halt nur ein kleines bisschen fummelig ansonsten ich wünsche euch was bis zum nächsten mal